Damit gelangen wir nun zum 17. Punkt unserer heutigen Tagesordnung. Es ist dies ein Bericht des Unterrichtsausschusses über die Regierungsvorlage 1487 der Beilagen. Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisationsgesetz, das Schulunterrichtsgesetz, das Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Colleges und Vorbereitungslehrgänge sowie weitere Gesetze geändert werden, 1495 der Beilagen. Auch ich begrüße den Herrn Bundesminister Martin Polaschek in unserer Mitte.